hallo und herzlich willkommen zu einer runde polybridge ich habe mal wieder so wie immer oder fast immer die brücke schon mal weiter gebaut oder angefangen und bin zu dieses ergebnis gekommen bin allerdings noch ein bisschen über dem budget das will ich jetzt ein bisschen aus korrigieren so jetzt muss das passen also ich habe es gerade geschafft rüber allerdings beim budget deswegen habe ich jetzt gleich die kulturen gemacht und sie einen an ich glaube ich schaffe es wieder yes baby ich habe es geschafft dann schauen wir uns jetzt die nächste runde mal an ach je das war schon wieder so was ich glaube da war alle von gleichseitig los der muss der muss da rein der misch da rein stahl und stahl holz gibt es auch hydraulik gibt es auch geht die hydraulik gleich ein das ist auch nice für die teile ja für die teile für diese autos dann habe ich schon mal eine kleine idee was ich jetzt machen werde mit der hydraulik die die beiden autos hochfahren und dann sind sie oben dann fahren sie über die rüber ja ganz einfach so würde ich das machen ja holz wir bauen ein paar drei das ist stärker wer ist stärker der linke stärker los ich weiß es sonst ne doch nicht ok ok kracht schon mal nicht ein auch ein schöner fortschritt So, nimm mal Quit, zieh mal den ganz runter. Der muss nicht ganz so weit. So, was ist schon mal, das eine, oh, das eine was ich vorhabe. Aber ich würde jetzt, glaube ich, beim Pfarrstuhl bauen. Und da, und da, und das, und das. Rassenbau, Holz, Holz, so. So, und jetzt so. Und noch eine, Straße. Holz, Ups, sa, kein Splitt. Holz, Straße. was holz hydraulik hydraulik so jetzt müssen beide gleich oben lang fahren Stahl 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 Oder? Wir machen das ein bisschen anders. Nee, ich will nur... ...Hydraulik. Mist, das macht gleich alles. Na gut, wir machen das so. Strafe. Crit, runterziehen, runterziehen. Strafe, runterziehen. Strafe, runterziehen. Strafe, lang machen. Und runterziehen, hier nix. So. Dann mache ich mich jetzt hier noch in die Straße rein. Und hier auch. Und noch. Und dann drauf, drücken. Hands-Eist drücken. Holz. und unter Krad auch und auch Holz so und da machen wir die Straße drücken ganz fest Okay. Ich mache ein bisschen heftig, dann mache ich mal starken. Heftig nicht gut. Und da, auch da. Oh. 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 Jetzt such ich überlegen. Ich überlege nichts gut. Ich mache Mist, wenn ich überlege. Oder vielleicht auch nicht. Hm. Vielleicht auch doch. Jetzt kommt gut Auto vorwärts. Oder nicht. Und das war nicht so gut. Aber jetzt. Jetzt kommt Auto. Und macht nichts. Los, komm. Hm. Ja, jetzt gut. So, ich habe sie geschafft. Wenn ich schon eine Aufnahme? Ich glaube schon. War ich auf der Aufnahme gedrückt? Ich weiß es nicht. Wenn ich noch eine Aufnahme drücke, nehme ich jetzt auf. Ich brauche einen zweiten Monitor. Ich denke mal, ich bin eine Aufnahme. Und, äh, das war jetzt die Brücke. Können uns ja nochmal anschauen. Richtig schick. Und, ja. Meisterreich. So, dann gehen wir ganz schnell weiter von der nächsten Runde. Und schauen, was da uns erwartet. Hallo? Oh, nee. Das ist die letzte. Das ist das letzte. Ich weiß gar nicht. Der lang, 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 lang ist es her. Oh, nee. Hey. Ich hoffe, jetzt bin ich dann auf. Ich fang ihn oder lange Juan. Ich gebe uns ob hopeless. Now, Alf ist gut gelade. Mon ... So. auf der brücke habe ich jetzt gar keine lust nicht wirklich werde jetzt hier kurz das leute oft habe ich heute keine lust mehr und ich wollte sagen dass ich jetzt die nächsten zwei wochen nicht zu hause bin also kann ich keine spiele spielen in neuseeland werde meine täglichen flocks machen in neuseeland und ja das ist dann halt so da habe ich alles alles und drei stück obwohl das habe ich noch gar nicht ausprobieren glaube ich jetzt auch kein bock drauf das mache ich mich aus dem bock dann fange ich probiere ich den als erstes dann fangen wir von vorne an mit den anderen teilen die ich noch nicht fertig habe ja also dann ja recht herzlichen dass das zugeschaut habe ich würde mich freuen wenn ihr beim nächsten mal wieder dabei seid bis dahin wünsche euch viel spaß und auf wiedersehen und ich wünsche euch noch ein frohe feiertage und einen guten rutsch ins neue jahr